Jetzt kann ich nichts dafür, wenn du lagst, ok? Yo! Juli und ich hatten danach noch eine gute Runde. Da kann ich auch nichts dafür. Ja, wir auch nicht. So. Jetzt zieht er uns. Mein Kill. Meins, da unten direkt vor uns. Also hier hinter ist es. So, jetzt werden wir beklopfen von? Rechts vorne irgendwo. Westen. Ja, nix. Von berg oben, von berg oben. Wie viel Grad? Ich weiß nicht, hier direkt, wo ich hochlaufe. Hier irgendwo. Ich verlenke ihn, ok? Ah, ich sehn. Könnt ihr nochmal Schüssel? Ich muss gerade boosten. Äh, einige Wochen. Oh, ich seh ihn, ich seh ihn. Da hinten. Schieß, 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 schieß. Ich war noch am boosten. Warte, warte, warte. Das versteckt sich gerade. Hast du den Typen hinterm Stein? Ich weiß nicht, ich hab hier oben eingekillt, der hier gelaufen ist. Richtung Südwesten, meine ich. Hä, wo ist jetzt hier noch einer? Der lebt noch. Der lebt noch. Der hat mir gerade die Beine gebrochen. Zineck zählt so an. Okay, der macht nicht, oder? Ja, der macht nicht, oder? Ja, der macht nicht, oder? Ja, man macht einfach. Auf drei dann. Eins, zwei, drei. In die Birne. Ja, keine Ahnung, wie lange ich früher lebt hatte. Ich hatte vielleicht 60 HP, als wir begonnen haben mit Fighten. Ach so, hätte was gesagt, Alter. Ja, dann willst du noch eine Stunde warten, Quatsch. Na gut. Und dann schießt du mir dreimal, viermal oder so in den Körper. Und ich war noch immer, als ich mich hingelegt habe auf 10 HP oder so. Na gut, dann war das am Ende dann nur noch okay. Wow. Dann hab ich dich mit dem Burst doch, mit dem Burst doch ein paar Mal getroffen anscheinend, ne? Ja. So. Stehen sie gerade. Letzter. Und, hier unten direkt vor uns, Alter. Nö. Ey, komm mal mit, komm mal der andere Typ hier drüben noch. Der jetzt hier rein muss, hier drüben. Hier ist ne Pressweste drin, in der Garage. Ich muss hier kurz clearn, hier oben. Ob mal mich rein. Ach da. Karre kommt, Quad kommt. Ich hab die Lapuhewehr. Fuck, ich hab keine Muni mehr. Ist das Team? Nein. Wobei hörst du den? Wer, wo denn? Das Quad. Ich hör keinen Quad, ich bin bei der Crate. Ah doch, Quad zieh ich. Halt doch, Quad zieh ich. Unten down. Quad is down, oder das? Wer liegt da auf dem Feld? Hey, der lag da mitten auf dem Feld, alter Sack, alter, hat mich gehört Ich ihn aber auch Wusste doch, dass er hier zum KT-Bauhaus will Ist halt, der Gammel sitzt hier noch Lass mal rechts rum flächen Fuck you Ich hab ihn auch getroffen Das ist aber der Typ, ne? Kannst du auf den schießen? Das sind beide Ich hab irgendwas im Busch gekillt Wer schießt auf mich? Von hier unten direkt irgendwo Moment Da ist er doch Was war denn das, alter? Keine Ahnung Was los, schon Oh, ich hab gerade hier Oh, warte mal Schießt jetzt auf mich nicht mehr Schießt nicht mehr Warte, jetzt kommt was What? Was ist das für... Warte, ich hab grad Ich hab grad ein Team mit Warte mal Er fühlt sich hinter der Crate so sicher, ne? Halt gegen die Crate und vor allem Ja, wollte ich grad, aber Es läuft ja wieder weg Warte mal Bitch Bitch Come on, bitch Ja, ich hab ihn Ja, ich hab ihn Ja, ich hab ihn Dreier Team überfahren Nein, ey Und wir hatten alle Drop drauf und so Ja, ja Den ersten Geld hab ich aufgenommen Den hab ich überfahren Dann den da hinten, dann da Brede ich in Blechhalle Und dann hier den noch Oh Gott Oh 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 Auto, okay Oh Oh Was schon mal Auto, okay SUV Lol, ich kann ihn gar nicht looten Das, das, das fand ich jetzt mega witziger Weil leider hab ich den ersten Kill nicht aufgenommen Ich hab ihn draufgedrückt, aber er hat nicht aufgenommen Was hat der so? Na, der Hund hat den Special Rig Das Lustige war, es kam noch ein zweites Auto dann auf einmal irgendwann angefahren Ich lieg gerade am Boden und er krepelt an mir vorbei Ich lieg da noch und ich leb noch Das Auto hat mich bloß überfahren Okay, Terra, er kommt, ähm Vom Tower aus jetzt Er ist an den Sandbags hier am Tower Und kommt jetzt, er kommt jetzt da rein Er kommt jetzt zu dir Ja, er hat halt Dreierwässer und Pulli-Pulli, ne? Das war gestern das Highlight, meine Umgefahren hab, später noch war tot Gott hat die, alter, das ist ekelhafter Spray, alter Ich kann's ja überhaupt nicht mehr kontrollieren WTF? Ich gehört hier bei Karabiner Achso, ja, ja Alter Alter Heilige Scheiße Ich hab' ihn schon bekommen, aber auch nur, weil der letzte Schuss ein Headshot war, sonst hab' ich alles vorbei gesämmelt Ich hab' ihn Ich hab' ihn Ich hab' ihn Wirklich, alter, da landet ein Drop und ein Typ hockt drei Meter nebendran Der wird sich, der wird sich auch ein Ast gefreut haben Der wird sich auch ein Ast gefreut haben Ja, der hat sich auch ein Ast gefreut, ja Ich hab' ihn direkt vor Oh, warte, ich hol' mir das Double Team, das ist viel lustiger Heilig ist auch gut gespielt von dem, dass er gewartet hat, bis wir beschäftigt sind Da war doch ein Arschloch Fuck you, bitch! So, wo schießt du? Ich hab' grad das M32 da aufgehoben und mich ist doll gefreut Ich werd' grad' am Platz machen für die PKM und wollte das PSO da drauf machen Bitch, don't shoot at me, bitch! Das geht da nicht drauf, nur dieses Passion-Leg-Ding Learn to play, Noob! Vergess' nicht, easy-peasy zu sagen Ja, der hört mich leider nicht viel zu weit weg Mal sehen, jetzt mal spotten hier, die alte Die alte Schachtel hier, ah, da ist er ja Na gut, im Stream bin ich fertig Ich muss jetzt noch WoW-Abend einlegen, weil, äh Get rekt son! Alter! Morgen wird geradet Alter, die hab' ich gegeben, weil der T- Alter, was ist mit der T- Oder einfach eine Quarzen? T- Geh, ey, ey, da hab' ich keine Faustluste drauf Waaain Heh, ey, ey, ey Kürzeste trinken holen. Jojo. Und wie war euer Tag so? Ich hab bis 17 Uhr geschlafen. Schon wieder. Ansonsten... Hattest du nicht mal deinen... Love-Rhythmisch an den Griff? Jo. Bin länger her. Jep. Ja, morgen nach Arbeit erst mal ins Stadion. Wo ist der Typ hinterm Haus da? Der muss da irgendwo sein. Der ist da nicht in der Zone am Haus. Der muss hier weiter laufen. Und oben auf dem Berg hinter uns. Haben wir den oder nicht? Ja. Ist der hinter das Haus gelaufen vielleicht? Der wird da unten. Ne, da unten ist er doch. Wer ist er denn? Einer Holz bitte. Ja, ich war ein bisschen spät dran. Ich hab ihn gesehen, aber er kon... Konnt nicht schießen, alter. Aber... PKP halt nur. ... 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 Das war wer anders. Das war ein bisschen weiter nach Osten irgendwo. Bis hier dem Markt. Baba. Direkt vor uns. Ein Hit, was? Äh, zwölf Grad. Er rennt rechts vor. ist klar der typ passierten die treffer überlebt ohne gefanzerte kleidung mich wie viele hits bitte wie viele fucking jetzt denkt er dumm was ich jetzt machen könnte aber ich probier es mal oh What the fuck, Game? Ich hab gewonnen Ich bin gegenüber hier Bei den Baustellen Du bist es aber nicht Ja, und hier ist einer bei mir Puschen, weil hier ist einer Irgendwo hier am Berg Hang irgendwo hier einmal rüber Irgendwo hier muss einer sein Der hat da und der ist A geschossen oder sowas Der ist ja direkt vor dir Direkt vor dir What the fuck, Ellie, Alter Hast du das nicht gesehen? Hast du es gesehen? Nee, ich hab nichts gesehen, aber Ich komm, ich schieße Teams, Team, 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 Team 300, 0 Grad, 0 Grad, 0 Grad Jetzt, jetzt, jetzt Rekt Nice, 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 nice Rick Tschüss